2 Sekunden! Go! Komm und weg, Tieten, du kleiner Tempel! Achtung, du kaff! Ach, du kaff! Ich bin rein, ich bin rein! Tepere links, ich bin Tepere links, Tepere links! Ja! 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 Aua! Hast du ein Zehn? Hast du gehört, dass ich's grob noch? Nee, ich hab's grob noch einfach. Ach, shit. Ja! Äh, hallo! Was? Das geht nicht. Ich hab den da hinten fünfmal mal getroffen, wenn ich hände geklafen wäre. Was? Geh immer was aus. Okay, müssen wir gucken, Batterie finden. Ah, das muss eh was. Das tut weh. Ah, hier links hochkrieg's. Fünf, sechs Stück. Ja, den hat der erste wahrscheinlich, der sanfte. Ich fang jetzt halt nicht mit einem Pott anfangen zu spielen. Irgendwelix habe ich einen. Was? Nimm deinen mit raus, okay? Natürlich die vollen Watt schon mal mit Batterien draußen. Die sind nicht alle draußen, wenn das Ding funktioniert. Kannst du auch schon dringbleiben, wie gut denn noch? Ja. Da fühlst du nicht. Was? Aber der ist schon komplett stark. Der ist der, der Hopper. Ja. Aber am Hopper doch nicht. Hab ich vorher voll gemacht. Weißt du, der gibt mir da immer den Dingern nicht nach. Motor ist auf sechs. Die Soundaktivität ist fast alles schön zu hoch, ja. Hier haben wir noch drei Runden, das müsst ihr auch noch erkennen. Ein, zwei, das passt. Problem erstmal. Besser oder? Bis jetzt ist es besser. War vielleicht zu laut, das hat er... Alter Felix, wenn du hinten ins Tempel gehst, und du ein bisschen rechts rausguckst, kannst du genau zwischen dem Tempel und hinten Feliks Deckung hast so einen Spalten, genau er steht, genau drin. Ich geb genau durch hier. Aber ich muss raus. Du spielst eine Runde weiter, dann komm ich auch raus, dann wollen wir die Batterie wechseln. Vielleicht glaub ich, der Rechte schau ich auch leer. Ja, ja. Katzi, das geht. Du hast noch zwei volle. Wie viel schrägst du denn bei der Batterie mehr ist? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann spiel jetzt die Runde. So. Raus ist einer richtiger! So. So.